Einen wunderschönen guten Abend zu einem weiteren Mal Stage at Seven. Die Big Band und das Sinfonieorchester des hessischen Rundfunks versorgen Sie mit einem virtuellen Konzertsaal. Mein Name ist Oliver Leicht, ich spiele Klarinette und Saxophon in der Big Band und werde den Abend heute, nicht den ganzen Abend, aber eine kurze Weile davon alleine gestalten. Ich werde beginnen mit einem meiner Lieblingsinstrumente, das ist eine Altklarinette. Da spiele ich ein Stück, das trägt den Titel She. Das habe ich kennengelernt durch eine israelische Sängerin namens Efrat Aloni, mit der ich im Duo und im Trio sehr viel zusammengearbeitet habe und das ist ein wunderschönes Stück, basierend auf einem Gedicht von Lea Goldberg. Es geht um ein Zwiegespräch zwischen Gott und einer Frau und er versucht die Frau herauszulocken in die wunderschöne Natur, die wunderschöne Welt und alles zu zeigen, was so schön ist und sie entscheidet sich aber dann doch, die Tür zu schließen und zu Hause zu bleiben. Viel Spaß damit! Hallo! Wo ist sie? Wo ist sie? Musik 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 So, vielen Dank fürs Zuhören soweit. Sie bekommen schon mit, ich mache einen kleinen Positionswechsel. Es ist angekündigt Klarinette und Elektronik. Das war jetzt die Alt-Klarinette ohne Elektronik. Ich dachte, das ist auch was Schönes. Und während ich mich hier verkable, kann ich noch kurz einen kleinen Ausblick geben, was jetzt dann kommt. Das ist meine elektrisch angeschlossene Klarinette. Ich werde zwei Lieder, zwei Kompositionen, habe ich mitgebracht. Das erste ist ein Titel von mir mit dem Namen The Believer. Das nehme ich so ein bisschen als Improvisationsgrundlage. Mal gucken, wohin die Reise geht. Und eventuell geht das auch über in ein Stück von Jacob Astorius mit dem Titel Teen Town. Gute Unterhaltung damit. Das ist meine elektronik. Das ist meine elektronik. Das ist meine elektronik. Das ist meine elektronik. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020